Ich lerne Deutsch. Nummer 14.380 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Teddybären sind die strahlenden Sterne unserer Gefühlswelt. Teddybären sind die strahlenden Sterne unserer Gefühlswelt. Teddybären sind die strahlenden Sterne unserer Gefühlswelt. In ihrem Podcast spricht die Influencerin Maria über die Bedeutung von Selbstliebe und psychischer Gesundheit. Die Medikamente helfen, meine depressiven Symptome zu lindern. Die Medikamente helfen, meine depressiven Symptome zu lindern. Betont, dass Medikamente zur Behandlung von Antriebslosigkeit beitragen können, indem sie die Symptome reduzieren. Bei diesem warmen Wetter hilft eine Abkühlung im Pool. Bei diesem warmen Wetter hilft eine Abkühlung im Pool. Bei diesem warmen Wetter hilft eine Abkühlung im Pool. Du hast eine tolle Idee? Teile sie mit der Welt und lass sie blühen. Es sind noch weitere Themen zu besprechen. Sollen wir es wirklich so machen? Es sind noch weitere Themen zu besprechen. Sollen wir es wirklich so machen? Stimmt es wirklich? Ich war so erschrocken, als ich das hörte. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib uns bitte ein Like. Und dann wird es wieder ein Behandlung über den Schiff. Nehmen wir es gerne ein Behandlung über den Schiff. Die Schiff sind großartig. Deine König. Deine König. Untertitelung des ZDF, 2020